Servus, Grüezi und mein Mann, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Oblivion. Ja, für mich ist es jetzt auf jeden Fall eine Weile her, wo ich Oblivion aufgenommen habe. Zwei Wochen, um genau zu sein. Ich musste mich jetzt kurz mal einlesen. Das Feine ist aber, da ich es hier aufnehme, brauche ich mir nur die alten Folgen anzusehen. Ich weiß eigentlich schon, was ich machen muss. So, es regnet wie immer. Das letzte Mal hatten wir eine Dead Remission gemacht. Und jetzt holen wir das Schild der Kreuzritter. Ich hoffe, ich hoffe, das Schild an sich ist nicht so schwer, denn wir sind wieder ziemlich voll im Inventar. Okay, hier runter. Hier geht es rüber. Seht ihr hier? Also ich hoffe, das reicht. Das Schild wirkt nicht so viel. Okay, hier ist auch eine Tür. Aha, Feueratom auch, okay. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mich freut das ganz sehr, dass jetzt auch hier mal ein bisschen mehr Gegner und Monster am Start sind. Als am Anfang. Und mir kommt vor, also wenn man stufenmäßig ein bisschen aufsteigt, dann wird das schon ein bisschen schmackiger, das Spiel. So wie es auch sein sollte. Aber das gefällt mir. Ich mag es zwar schwer, ja. Aber nicht zu schwer, dass ich immer kurz am Verzweifeln bin. Oder kurz vorm Verzweifeln. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Sagen wir so, es trifft, glaube ich, das Wort fordernd trifft es, glaube ich, ganz gut. Fordernd, okay. Schwer. Naja. Wollen wir nicht unbedingt. Also wollen, ne. Also schon, aber so schwer, dass es kein Spaß mehr macht und ich für jegliche für jegliche Missionen 10 oder 20 Versuche brauche, es ist dann halt für ein Let's Play schon ziemlich anstrengend, ne. Das würde so in diesem Kontext nicht gehen. Aber es gibt in dem Sinne auch keine Spiele, die zu schwer sind. Weil auch Dark Souls ist ein Spiel, das gelernt werden kann. Und da es halt auch eine Taktik braucht. Das heißt, du kannst beim Dark Souls nicht nur durchlaufen, dann bist du kaputt. Wenn du aber die ganzen Gadgets nicht kennst, ne. Zauberringe, Tränke und so weiter und so fort. Wenn du das das erste Mal machen musst, oder willst, ne, dann bist du anfangs mal kurz überfordert. Und ich kam nie so weit, dass ich hier wunderbar rausreißen konnte. Notizen des Zauberers. Okay. Akulythen. Der Schild ist hier. Das wissen wir und dennoch haben wir ihn nicht gefunden. Die Festung ist gesäubert worden und immer noch entzieht er sich uns. Zweifellos wurde er vor Augen wie den unseren verborgen. in der Absicht, ihn denen vorzuhalten, die seine Geheimnisse lernen wollen. Das Tor zu den unteren Ebenen versperrt uns nicht mehr den Zugang. Beachtet die Kerzen an den Wänden, wenn ihr passieren wollt. Die Festung muss um jeden Preis gehalten werden, wenn wir Erfolg haben wollen. Lass niemanden hinein, lass keinen Feind entkommen. Ja, das ist ihnen ja nicht so gut gelungen. Aber ich glaube auch, die haben nicht mit mir gerechnet. Sondern mit etwas völlig anderem. Da ist ja irgendwas aufgegangen jetzt, ne? Ihhh, da liegen Hände. Waffenhandbuch. Okay, konnten wir nichts mehr lernen. Schade. Okay, ich glaube, vielleicht hat sich hier drüben was getan. Es sind alles ein bisschen verzweigt hier. Ich bin, äh, teilweise verwirrt. So. Ah ja, okay. Was für ein geiler Mechanismus, ey. Boah, ich habe mich so auf heute gefreut, ne? Aufnehmen. Endlich wieder Oblivion. Das glaube ich jetzt die Folge für Samstags. Hä? Was? Äh, ne. Das ist doch langweilig, wenn ihr mich sehen könnt. Aha. Hier haben wir Druckplatten. Achtet auf die Kerzen. Okay. Das Rätsel haben wir natürlich sofort enttarnt. Jetzt müssen wir nur noch das Tor aufgehen. Okay. Okay, war es mal. Dorotan. Backup, ne? Okay. Hier ist eine. Ist es da? Ich muss die Mitte nehmen. Okay, warte mal. Eins. Zwei. Drei. Drei. Okay. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Äh, ja. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz vor meinem Frühstück abbeißen. Ich bin gleich wieder da. So. Ich habe gerade gesehen, ich habe fast keine Zeit mehr zum Essen. Oh, aber. Die Semmel liegt halt hier, hier rum, ne? Und, ähm. Ne. Hier irgendwie funktioniert das nicht so, wie geplant. Also die Kerze ist hier, dann wäre da die Kerze hier, dann wäre das hier und das wäre hier, oder? Aha, okay. Alles klar. Gut, jetzt hat es funktioniert. Supi. So. Bis hier, hier links von mir, ist, ist eine Semmel. Und, also eigentlich zwei Semmeln. Eine mit Schinken und Tomaten. Bitte öffnet das Tor, ich muss hier rauskommen. Ja, wer bist denn du? Wo seid ihr hin? Äh. So, dass ich euch sehen kann. Ähm. Und, also eine Semmel mit Schinken, ne? Und die andere. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange sie mich hier festgehalten haben. Oh. Den kennen wir ja doch, oder? Errett. Tedrett. Und jedenfalls liegt hier noch eine Semmel, äh, in zwei Hälften geschnitten, mit Butter und Honig. Und da die Semmeln jetzt gerade frisch gemacht sind, schmilzt da die Butter so, ne? Ach so, ne, die kennen wir nicht, okay. Ich bin Sir Tedrett. Ich kam hierher auf der Suche nach dem Schild des Kreuzritters und wurde von diesen Feiglingen überfallen. Seitdem halten sie mich hier gefangen. Was sehen wir hier? Ich wurde lange Zeit von diesen Schuften gefangen gehalten. Sie wollten wissen, wie man an den Schild gelangt und glaubten, ich würde ihnen helfen. Als ich mich weigerte, sperrten sie mich hier ein und ließen mich nur heraus, um mich zu foltern. Sie erfuhren nichts von mir. Äh, könnt ihr mir helfen? Ich kann euch nicht begleiten, falls ihr das meint. Ich bin zu schwach, ich muss mich ausruhen. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich mich eurer Sache anschließen. Ihr müsst allein weitergehen. Aber die Kenntnisse, die ich gewonnen habe, könnten für euch von Nutzen sein. Was wüsst ihr denn? Bevor ich diesen Ort fand, erfuhr ich ein wenig über jene, die ihn angelegt haben. Er wurde geschaffen, um den Schild sicher und verborgen zu halten. In den Schriften, die ich fand, tauchte ein Satz immer wieder auf. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird der Julianus gewogen sein. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin überzeugt, dass es ein Hinweis darauf ist, wie man sicher durch diese Ruinen kommt. Ich habe es nur euch erzählt. Hoffentlich hilft es euch. Ich muss aus dieser Grube herauskommen und mich aus... Wir werden uns... Okay. Also. Ähm. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird der Julianus gewogen sein. Ähm. Ich habe gerade das Gespräch ein bisschen genutzt, um... Von der Semmler abzubeißen. Ne, 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 warte mal. Hey, hallo. Das geht ja gar nicht hier. Er ist echt ein bisschen verzwickt, ne? Ich wünsche dir, ich hätte mehr Zeit. Aber. Ich habe schon mit Mutti ausgemacht, ne? Die kann ich mich jetzt gleich holen. Und dann gehen wir einkaufen. Und das deswegen, weil sie ein Auto hat. Und ich sonst, äh... Relativ weit laufen muss. Für eine gewisse Sache. So, Notiz des Zauberers. Der Gefangene weigert sich immer noch, uns zu helfen. Es besteht kaum Zweifel daran, dass er allein war und dass ihm niemand zur Hilfe kommen wird. Wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass es sich in... Dass es ihn höchst teuer zu stehen kommt... ...kommen wird, wenn er nicht enthüllt, was er weiß. Und doch hält er uns immer noch wohin. Boah, lesen ist halt echt schwierig, ne? Also, wir geben ihm noch eine Woche. Wenn er uns dann nicht hilft, zum Schild zu gelangen, soll er beseitigt werden. Vorauszugsweise auf höchst schmerzhafte Art. Tja. Scheiße, was? Das war wohl nix. Okay. Geh mal hier hoch. Ach, wir haben ja den Skelettschlüssel, ne? Haha, haha, haha. Nice. Oh ja. Das macht Spaß. Moin. Uff. Uff. Okay, das nächste Mal auf jeden Fall für die nächste Aufnahme Frühstück und aufnehmen. Gleichzeitig ist schlecht. Ja, ja, die Ratten. Wenn es nur die Ratten werden, ne? Aber wenn der Klaus kommt... Naja, dann... Ist der Klaus im Haus, kommt hier niemand mehr raus. Lebend. So, okay. Aha. Ich kenn mich gerade überhaupt nicht mehr aus. Alter, was ballert denn jetzt hier? Oha. Hört das irgendwann auf, oder? Das hört gar nicht auf, ne? Das ist doch schier unmöglich, hier durchzulaufen. Da muss es irgendeinen Trick geben, denn sonst wäre das irgendwie... Sonst wäre das irgendwie nicht möglich, oder? Da haben wir wieder irgendwas übersehen. So wie immer halt. Obwohl wir eigentlich nicht wirklich viel übersehen. Deine Mutter. Deine Mutter. Das hat er nicht gesehen, ne? Aha. Elfendorch. Aha. Naja. Okay, das sieht irgendwie ein bisschen... Dings aus, ne? Hier. Und das sieht aus wie... Als ob man das drehen könnte. Ich werde jetzt schnell noch... Ein bisschen vom Honigbrot knabbern. Hm. Ich stelle mal allen in die Richtung. Und dann stelle ich mich in die Mitte. Vor aber... werde ich speichern. So. Ne, die müssen alle zu mir jetzt schauen, ne? So ist's. So. Aber jetzt... Nochmal speichern. Überschreiben. Jawohl. So. Aber jetzt hier, oder? Ja, der steht noch nicht ganz, ganz so, wie er soll. So. Ja. Aber jetzt... Siehste. Sehr gut. Okay. Ach. Das Rätsel war wohl leichter als gedacht. Soll uns aber auch nicht, äh, irgendwie aufhalten, ne? Ich fühl mich dabei nicht gestört. Wenn das so ist. So, so, so. Oh, je. So. Ah, ja. Alles gleich. Dann könnten wir entweder das vorhin jetzt als Fabnel nehmen, nehmen, oder das hier. In den Tiefen der Festung Bulwark habe ich eine Art Rätsel oder Falle gefunden. Ich muss herausfinden, was das bedeutet, um an den Schild des Kreuzrittes zu kommen. Ja, gut angefangen, aber wieder schlecht zu Ende gemacht. Die sind alle von mir abgewandt, ne? Rottgars Buch. Aha. Mal, warte mal. Lass uns mal... ...kurz Rottgars Buch anschauen. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Und legen hier Rottgars Buch rein. Hat sich hier irgendetwas getan? Rottgars Edelstein. Okay. Warte mal. Rottgars Helm. Ne, warte mal. Das war vier falsch, ne? Rottgars... Hm. Rottgars Helm. Rottgars Schäden? Rottgars Hammer wäre auf jeden Fall hier drüben gewesen. Vielleicht müssen wir auch nur, äh, das Zeug sammeln und dann richtig einordnen. Rottgars Hammer. So, okay. Okay. Rottgars Weinglas. Wissen wir nicht, wohin, ne? Rottgars Schädel wäre hier gewesen. Den haben wir jetzt aber nicht mehr. Oder? Ne. Okay. Rottgars Schädel. Wie kriegen wir denn... Wie kriegen wir denn... Okay, jetzt warte mal. Was legen wir denn hier rein jetzt? Was... Wie machen wir das jetzt? Okay. Ich werde mal den... Das Weinglas hier reinstellen. Rottgars Buch. Rottgars Helm gehört hier hin. Okay. Vielleicht gehört Rottgars Buch ja hier hin. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Und ich glaube, ich mache es gerade voll falsch. Aber... Es wird auf jeden Fall zielführend sein. Rottgars Stein. Oh shit. Oh shit. Rottgars Stein war es hier. Okay. Ich glaube, ja. Das Buch war also hier hinten. Moment. Rottgars Schwert. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Rottgars Schwert. Könnten wir vielleicht... Da ist Buch. Da ist... Was anderes. Vielleicht in einem von den beiden. Vielleicht Glückstreffer. Guck mal. Rottgars Helm. War... Jetzt hier, ne? Da war Rottgars Buch. Okay. Gut, Leute. Wir haben es. Schwer aber doch. Oder... Relativ langsam. Aber dann doch. Gecheckt, wie es funktioniert. Shit. Scheiße. Da habe ich jetzt irgendwas noch reingelegt. Das Weinglas. Das war... Das war... Das war hier, ne? Denn drüben war... Drüben war das Buch. Der Edelstein war hier. So. Und hier war das Buch. So. Okay. Okay. Dann geht's wohl hier... zum Schild. Ui. Schön. Jetzt nehme ich's und dann steht hier... Ihr seid zu schwer belastet. Ich habe den Schild des Kreuzritters wiedererlangt. Durch den Fund des Schildes des Kreuzritters habe ich ich Sir Hendricks Suche beendet. Ich sollte zu Priora zurückkehren und mich erkundigen, ob es etwas Neues über die beiden noch zu suchenden Reliquien gibt. Willenskraft wiederherstellen. Intelligenz wiederherstellen. Das wäre für mich jetzt gar nicht so schlecht. Silberschüssel. Gold, das nehmen wir, oder? Ist nicht so schwer. Okay. Super. Was... Was fehlt uns denn noch jetzt? So. Im Allgemeinen. Es dürfte nicht mehr viel sein, ne? Ah, jetzt kommen wir hier raus. Ist okay. Okay. Es dürfte nicht mehr viel sein. Man wird sehen, man wird sehen, glaube ich. Wenn wir jetzt hier zur Priorei gehen. Vorher aber mal raus hier aus den Schuppen. Raus aus den Schuppen. Allein ins Vergnügen. So. Die Weisheit. Pirite. Abgeschlossene Mission. Okay. Paradies. Okay. Ich glaube, das war es, oder? Die Priorei der Neuen. Gehen wir mal hin. Ritter. Arkay, sei Dank, dass ihr zurück seid. Buch? Ich habe eine schreckliche Nachricht. Sir Roderick. Ich glaube, er ist tot. Oh. Was ist geschehen? Zunächst lief alles gut. Er betete an allen Schreinen und hatte eine Vision. Eine verstörende Vision. Der Geist von Sir Berich sprach mit mir. War alles, was er sagte. Wir müssen ihn zur letzten Ruhe bitten. Wir reisten in ganz Kolovia herum. Er fragte stets nach einer alten Adelsfamilie. Den Flindrills. Schließlich fand er das, wonach er suchte. Wir gingen zur Underpolhöhle und dort ist er gefallen. Hm. Das würde mich jetzt auch interessieren. Wonach hat er gesucht? Denn wenn der jetzt hier ist und wir seine Gebeine hier irgendwie begraben, und das ist dann doch der, der Gegner eigentlich quasi, dann wird's blöd. Er meinte, die Grabstätte von Sir Berich sei in der Underpolhöhle, die keine Höhle ist, sondern eine Art vergrabener Bergfried. Er hatte erfahren, dass Sir Berich der einst ein fahrender Ritter war, so wie wir. Er hatte die Beinschienen und das Schwert des Kreuzritters gefunden, sich aber dann dem Bösen verschrieben. Sir Roderick hoffte, die Reliquien im Grab des Sir Berich zu finden. Und so kam es auch. Aber wir fanden auch einen schrecklichen Wächter, den Geist des Fürsten Flindrills, Sir Berich. Oh. Ja, edler Herr, und ich bringe euch... Sir Roderick schrie mir zu, ich solle sie an mich nehmen, die Beinschienen. Die heilige Reliquie, sie gehören euch. Oh, nice. Supi. Und das Schwert, was ist damit passiert? Der Geist. Er hat es gegen Sir Roderick verwendet. Ich weiß nicht, wie dieses böse Wesen die heilige Waffe führen konnte, aber so war es. Es schrie, als es zuschlug. Ah. Ruhig Blut, ihr seid jetzt in Sicherheit. Ähm. Was machen wir denn jetzt? Es tut mir leid. Ich habe Sir Roderick schon einmal im Stich gelassen. Ja, okay. Ich will nicht wiederversagen. Ich erinnere mich, dass er etwas über das Schwert sagte, bevor wir... Er befürchtete, das Schwert könne durch das Böse verdorben sein. In dem Fall müsse es auf dem Altar seines Schöpfers, des göttlichen Arkai, neu geweiht werden. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich hoffe, es ist euch eine Hilfe. Ja, du... Ich habe... Ihr habt euch gut geschlagen, Laton. Danke, Ritter. Ich möchte euch um eine Gunst bitten, obwohl ich weiß, dass ich es nicht verdiene. Oh, ne. Würdet ihr mich zum Ritter der Neuen schlagen? Ich will mein Leben damit verbringen, die Welt vom Bösen zu befreien. Das bin ich Sir Roderick schuldig. Ähm... Ja, erhebt euch, Sir Laton. Ich meine, danke, Ritter. Ich werde euch nicht enttäuschen. Lasst mir einen Moment Zeit, um mich zu bewaffnen. Dann begleite ich euch zur Underpol-Höhle, um den bösen Geist zu vernichten. Okay. Gut. Dann... ...möglich sagen, dass alles und noch viel mehr... ...ja, das nächste Mal. Ich bin gewillt, hier diese Mission vorher zu machen, bevor wir uns wieder den Detra widmen. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleib gesund. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiederschauen.